So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokemon Go und es fühlt sich an, als wäre es die allererste Folge, denn wer es mitbekommen hat, erst mal das Kanalmaskottchen einblenden von der Raidmania. Ja, die Raidmania gibt es ja eigentlich nicht mehr. Max Out Monday gibt es ja eigentlich auch nicht mehr. Ich weiß gerade sowieso gar nicht, was ich hier mache. Ich habe zwischendurch jetzt versucht und gedacht, ja, mach dir einfach einen neuen Account und fang bei 0 an. Oder führe den Samyang Bulldog Account weiter, der ist schon Level 50, nimm den als Main Account und mach mit dem was. Da könntest du auch versuchen, Sachen zu maxen. Da könntest du auch versuchen, Raidmanias zu machen. Ich bin momentan nicht bereit und gewillt, nochmal Geld für Pokemon Go zu investieren, da ich auf meinen Main Account bestimmt 8.000 Euro oder so reingesteckt habe, da immer noch 90.000 Münzen drauf waren, als er gesperrt wurde. Ich schon wieder bei Karagami extrem reingesuchtet habe und da doch mehr Raids gemacht habe, als ich eigentlich machen wollte. Ich ja das Ziel hatte, jedes legendäre Pokemon in 100% zu bekommen und auf Level 50 zu ziehen. Manche hatte ich sogar doppelt und dreifach. Das war richtig krass. Der Account ist weg. Der wird sicherlich nie wiederkommen. Oder nach 10 Jahren vielleicht. Und jetzt stand ich da, musste entscheiden, was machst du. Vergräbst du dich jetzt? Bleibst du einfach nur hängen? Machst gar nichts mehr und das war's? Dann würde ich die Community aber trotzdem irgendwo im Stich lassen. Die Leute, die einen begleitet haben auf den Wegen, die trotzdem die Videos geschaut haben, unabhängig davon, wie gut oder schlecht der Account ist, einfach nur zu gucken, wie man spielt. Machst du den Bulldog Account jetzt weiter? Da sind schon viele drauf von der Community, sind befreundet. Dann bräuchtest du aber trotzdem wieder einen zweiten noch, damit du auch zusammen dann bei einem Community Raid oder so zum Raid einladen kannst. Ich bin mir immer noch unsicher, ob ich jetzt einen neuen Account mache, den ich einfach bespiele und alle da drauf hole. Oder ob ich das als den offiziellen zweiten Account anlege und den Bulldog als den Main Account nehme. Da könnt ihr ja mal entscheiden, was ihr denkt. Ich habe jetzt einen neuen Account erstmal erstellt. Ich bin hier ganz normal in diesem Fenster drin. Hallöchen, ich bin Professor Willow. Wusstest du, dass diese Welt von Wesen bevölkert wird, die man Pokémon nennt? Pokémon findet man überall auf der Welt. Manche von ihnen leben auf dem Land, andere in der Luft und wieder andere im Wasser. Mein ganzes Leben lang habe ich sie und ihre regionale Verbreitung studiert. Hilfst du mir bei meinen Forschungen? Fantastisch. Deine Aufgabe besteht darin, überall Pokémon zu suchen und zu sammeln. Wähle jetzt deinen Look für dein Abenteuer aus. Ich weiß gar nicht, ich war immer männlich. Auf allen. Ich hatte coole Klamotten, ich hatte coole Posen, die man alle erkämpft hat in der GBL oder durch Forschung erhalten hat. Jetzt, was interessieren mich denn die Haare eigentlich? Ich brauche doch gar keine Haare, ich brauche auch gar keine Augen. Ich brauche auch keine Haut, ich brauche eigentlich nichts. Was gibt es denn aktuell, was man sich anziehen kann? Was vielleicht nicht so rustikal ist. Ja, wir ziehen mal hier so ein Pokémon Go T-Shirt. Go Face 2022 an irgendwas. Wir, ne, wir wollen eigentlich keine Mütze. Oder, ist da so eine Beanie noch drin? Ich hatte mir immer so eine schöne Beanie aufgesetzt. Die fand ich immer richtig cool. Oh, hier. Das ist die Gala-Strickmütze, die gibt es sogar kostenlos. Ich möchte, wie gesagt, diesen Account, egal ob das Main wird oder nicht, ohne Geld spielen. Ich möchte absolut nichts kaufen. Keine Raid-Passe, keine Brutmaschinen, keine Tickets, kein gar nichts. Falls mir jemand ein C-Day-Ticket schenkt, könnte man damit natürlich den C-Day spielen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das sinnvoll ist, C-Day-Tickets an den hier zu schenken oder eben an den Nudel-Account. Da wäre es gut, wenn wir uns erst einig sind, was der neue Account wird. Ob das jetzt der neue zweite Account ist oder der neue Hauptaccount oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Rucksäcke, Handschuhe, Hosen, Oberteile. Ich hatte immer kurze Hosen an, dachte ich. Irgendwie richtig coole kurze Hosen, wo an der Seite so Pikachu-Zeug dran war. Aber die kriegst du auf jeden Fall nicht kostenlos. Da müsstest du dafür bezahlen. Das wird also nichts. Socken braucht man nicht. Socken kommen weg. Wir brauchen nackte Beine. Die schwarzen Schuhe möchte ich eigentlich auch nicht. Ich möchte weiße Schuhe. Gibt es hier weiße Schuhe? Da war was. Der Rest sieht komisch aus. Nehmen wir das mit Rot dran. Mit Rot dran? Was ist das andere? Mit Gelb dran? Ich glaube, ich nehme die einfach. So. Mir gefallen die Handschuhe nicht. Ich glaube, ich brauche keine Handschuhe. Ich glaube, ich nehme weiße Handschuhe. Weil ich keine brauche. Nehme ich weiße. Dann kann ich jetzt noch mal das Oberteil wechseln. Vielleicht haben wir noch was Stylisches. Das sieht schon mal schöner aus, weil das ist weiß. Wir sind nämlich sehr edel unterwegs. Ansonsten, was gibt es noch? SS. Oh, hier. Labras? Gib mir mal das Labras. Na, das sieht irgendwie blöd aus. Wir haben, wir haben, wir nehmen, wir haben, wir tun. Wir haben, wir rocket. Dings. Rocket. Farb. Keine Ahnung, was das ist. Das gibt es wirklich alles kostenlos. Diesen ganzen Schmarrn. Da bin ich ja total begeistert. Das kriegt man jetzt erst mal mit. Ach komm, weil es dazu passt. Und ja, eh hier die Paldea Region irgendwie momentan dann gerade so eventmäßig am Start war. Aber knallen wir uns das mal hier rein. Ihr seht im Hintergrund lauter Samyang, Bulldog, Habanero, Lime, Tüten. Das hat auch einen Grund, ne? Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Es befindet sich ein Pokémon in der Nähe. Hier sind einige Pokébälle, die dir beim Empfangen eines Pokémon helfen. Hm. Da damals, wenn man, ich habe ja seit 2016 gespielt. Ich habe jetzt bis 23 jeden Tag gespielt. Es gab keinen Tag, an dem ich nicht gespielt habe. Daher weiß ich, dass Glumander damals das seltenste Pokémon war von den Startern. Da das am längsten gedauert hat. Einfach fabelhaft. Guck dir das an. Wie ein Profi. Da Glumander am längsten gedauert hat, um den Pokédex zu vervollständigen von Glurak. Denn während man alle anderen Sachen schon dann hatte und gekriegt hat irgendwie her, war Glumander immer mega selten. Wir sind in Jena rumgerannt damals, da habe ich meinen restlichen paar Glumandas rumgesammelt beim Thanksgiving-Event. Achso, wir können es ja noch gar nicht bewerten, weil wir ja noch gar kein Team haben. Glückwunsch, du hast dein erstes Pokémon gefangen. Du bist echt ein begabter Pokémon-Trainer. Wie soll ich dich nennen? Und jetzt kommt es natürlich, nachdem wir ja Null Ramses der Dicke hatten. Darf man das überhaupt eingeben? Müsste eigentlich dastehen, den Namen gibt es schon. Null Ramses der Dicke. Der Name steht nicht zur Verfügung. Nachdem der Nudel-Account ja Null Samyang Bulldack heißt. Nennen wir uns jetzt einfach Null Habanero Lime. Ich hoffe, der geht. Jo, der geht. Nicht nur, dass Jonas den Spitznamen Habanero hat. Jonas Habanero Hess. Jetzt ist das auch noch Habanero Lime. Genau, das ist jetzt einfach Jonas seinen Account, den ich schon mal mit der Community bespiele, vorbereite. Wo ich euch mit ins Boot hole als Freunde. Aber ich könnte trotzdem versuchen, den Samyang Bulldack-Account auf Level 50 nehmen als mein Hauptaccount, dass ich wenigstens irgendwie ein paar Pokémon habe, mit denen ich irgendwas machen kann. Ich habe keine Ahnung, es ist auf jeden Fall alles so total kompliziert. Auf deiner Entdeckungsreise brauchst du mehr Pogebälle und andere nützliche Items. Zack, aktivieren. Möchte ich eigentlich nicht. Immer erlauben. Okay, ja, tipp was an. Darf ich wieder zurück? Ich möchte das nicht. Okay. Jetzt nervt's wieder. Drücke ich halt auf nicht erlauben. Lass mich jetzt in Ruhe mit deinem komischen Abenteuer singen. Items findest du bei Pokestops. Diese befinden sich an interessanten Orten wie Skulpturen oder Denkmälern. Geh jetzt überall auf der Welt auf Entdeckungsreise, um Pokémon zu fangen und sie in deinem Pokédex zu registrieren. Los geht's, go. Nichts wie raus, go. Schau mal. Hier ist ein Pokestop. Oh yeah, juicy. Den können wir nämlich drehen. Das ist halt... Es fühlt sich alles so falsch an. Können wir den auch drehen, weil wir so gut drauf sind. Wenn man bestimmt mit dem Schnellfangtrick... Ach, wir haben gar keine Bären. Toll. Jetzt wollte ich sagen, können wir mit dem Schnellfangtrick mal kurz hier die Stade eintüten, die gerade hier sitzen. Aber wir haben keine Bären, deswegen können wir den Schnellfangtrick nicht machen. Dann kommt das auch noch raus. Müssen wir nochmal draufwerfen. Jetzt ist die Serie gerissen. Ach, ist das schade. Ach, ist das traurig. Ich hätte mich so gefreut. Ich hatte die Stade mir extra getauscht. Als Lucky wollte die dann für ein Video mal Lucky entwickeln. Das war mein Ziel. Ich hatte alle vier als Lucky dann auf der Hand. Und was ist jetzt? Jetzt sind sie alle fort. Jetzt musst du hier sitzen und musst den Schmarrn nochmal selber tauschen. Auf den Nudel-Account. Mit dem das entwickeln. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Wird das der zweite Account? Wird das der Main-Account? Will man wirklich bei Null anfangen? Wenn ich kein Geld investiere, heißt das ja, dass ich sowieso bei beiden Accounts immer nur den täglichen Pass mache. Dann ist dazwischen ja kein Unterschied. Normal habe ich bei der Nudel den täglichen Pass gemacht. Und beim Haupt-Account habe ich 500 Raids am Tag gemacht. Da hat man den Unterschied gemerkt, dass das der Main ist und der andere eben nicht. Jetzt ist das ja egal. So, tüten wir ein, tüten wir ein. Wir tüten kurz alles ein, was da sitzt. Wenn beides nämlich genau immer nur ein Raid macht, dann ist nichts davon irgendwie mehr wertig. Außer, dass der eine halt schon Level 50 ist und der andere nicht. So, ich werde euch gleich den Trainer-Code mal zeigen. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr diesen Account adden. Und dann könnt ihr mir mal dazuschreiben, wenn ihr geaddet habt, wer ihr seid und das ihr geaddet habt. Weil, manche Leute kenne ich ja von den Kommentaren her mit ihrem Google-Namen, weiß aber gar nicht, wie die im Spiel heißen. Manche Leute kenne ich vom Spielernamen her, weiß aber nicht, wie die bei Google heißen. Also, wenn ihr irgendwie hier mitmischen wollt oder so bei dem Account, dann könnt ihr den gerne adden. Dann könnt ihr mir mal reinschreiben, eure Meinung, was ihr sagt. Soll ich jetzt die Videos immer über diesen Account machen und diesen hochziehen und das zeigen immer Stück für Stück, wie weit er gerade ist? Oder soll ich trotzdem den Samyang als Main-Account nutzen und ab und zu mal einen Fortschritt von dem hier zeigen? Ist es sinnvoll, bei 0 anzufangen? Oder ist es sinnvoller, einen 50er zu haben, mit dem man einfach mehr machen kann? Aber wenn keine Raid-Manias stattfinden und keine Max-Out-Mondays, was bleibt dann überhaupt noch übrig? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall alles komisch. Ich bin jetzt hier schon Level 7. Ich müsste jetzt hier mal auf eine Arena drücken. Ich gehe mal hier hinten auf die. Du hast jede Menge Pokémon gefangen. Viel Erfahrung als Pokémon-Trainer gesammelt. Du bist bereit, an Pokémon-Kämpfen teilzunehmen. Ich habe drei hervorragende Assistenten. Guck dir die doch mal an und nicht so aufzudrücken. Lest doch lieber, was da steht. Das ist Team Gelb und ist der Spark aus der Spark-Kasse. Dann habt ihr als nächstes hier die Blanche. Die ist halt auch blankgeleckt, sag ich dir. Und dann habt ihr noch das rote Ding. Das ist die Candler. Candler in the Wind. Das ist die Kerze auf der Torte. Also nehmen wir den Gelben, weil Gelb ist sowieso das coolste, beste Team. Der Samyang-Buldak, der ist ja blau. Das ist jetzt Gelb. Wir sind jetzt Level 7. Ich muss mich dann mit meinen anderen Accounts irgendwie verbinden. Da steht jetzt 0 Habanero Lime. Und hier habt ihr jetzt den Trainer-Code, falls ihr Bock habt, den zu adden und mit dem irgendwas zu machen. Das ist die 7164 4771 9896. Ich wiederhole. 7164 4771 9896. Ich habe mit dem Main-Account noch 4, 5 Videos aufgenommen gehabt, die noch nicht released sind. Das sind noch Sachen dabei, wie meinen seltenen Step-Pokedex-Eintrag oder irgendwas krasses und hin und her. Wundert euch also nicht, wenn dieses Video kommt und nach diesem Video plötzlich Videos kommen, wo der Main-Account wieder da ist. Falls er wieder da ist, sage ich euch Bescheid. Ansonsten sind das dann alte Videos, die noch veröffentlicht werden, bevor wir halt mit Habanero Lime oder Samyang-Buldak dann Videos machen. Ich möchte mir ungern jetzt das Video machen nehmen lassen. Ich möchte trotzdem ja vielleicht am CD rumlaufen und fangen, auch wenn es um nichts geht, gefühlt. Ich möchte trotzdem meinen täglichen Pass verbrauchen. Ich möchte trotzdem gucken, wie es in Pokémon Go so weitergeht, aber ich werde kein Geld mehr ausgeben. Ich werde nicht mehr jeden Raid-Boss so lange jagen, bis ich 100% habe. Dann ist halt, wenn 20 Tage ein Boss drin ist, dann ist er halt 20 Tage da. Nach den 20 Tagen kann ich zeigen, was das Beste in den 20 Tagen war, was ich gefangen habe. Da ist da halt nichts großartiges mit Pushen oder Hochziehen oder Machen. Und was, wie es mich ärgert, ich habe mein Zarude, ich habe Zarude doch, hätte ich doch pushen können auf 50. Ich habe doch immer extra alle Sonderbonbons umgewandelt und jetzt ist er weg. Ich habe noch 1000 Sonderbonbons wieder auf der Hand gehabt, wieder durchs Raid, nachdem ich schon 30.000 umgewandelt habe. Es ist alles weg. Es fühlt sich alles einfach nur behindert an. Das ist der Habanero-Lime-Account. Soll das der Main-Account werden und die Nudel der zweite bleiben? Oder soll ich das als zweite Account hochziehen und mit der Nudel durchstarten? Was ist schlauer, was ist sinnvoller? Auf der Nudel ist halt schon einiges drauf. Die hat einiges. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Edit den und schreibt mal dazu, wenn ihr geeditet habt, wer ihr seid, dass ich ungefähr ein Bild habe. Aber wenn ich wieder 50 Anfragen habe von 50 fremden Leuten, die ich alle nicht kenne, dann werde ich die wahrscheinlich ignorieren, weil ich gerne eher Leute in der Liste habe, die ich aus den Streams kenne, die ich aus den Kommentarbereichen kenne, die ich persönlich schon mal auf dem GoFest gesehen habe. Aber das ist das nächste Ding. Wenn ich kein Geld ausgebe, dann kann ich auch nicht zum GoFest fahren. Außer jemand kauft mir ein GoFest-Ticket und schenkt mir das und zwingt mich dazu, da hinzufahren, um dann Hallo zu sagen. Dann können wir nämlich Bier trinken. Das ist nämlich viel besser, als Rates zu machen. So, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut. Euer Ramses. Ich versuche mich langsam ins Leben zurückzukämpfen. Ciao.